Du bloß so. Alter, ohne Spaß, wa? Ich krieg grad vollkommen... Ah, ich könnte kotzen, ey. Warum? Ich werde von allem besiegt. Von allem. Ich hab gerade ein 20er Pokémon angegriffen, das war nicht so gut. Ja, ich werde von, weiß ich nicht, von... Ach Gott, ich könnte kotzen, ey. Wieser Sam lebt doch? Ich dachte, es ist tot. What? What? Warum lebt denn Wieser Sam? Das verstehe ich nicht. Ach, ist doch kein Aluminium, ist Bauxit. Ob der meines ist. Ja, eben. Also, man muss auch sagen, wir haben die ultimative... Nooil. So ist das einfach mal. Mein, äh, mein Punch-Lam ist einfach schon Level 13? Durch einen Kampf? Ja, ist so. Hatte ich auch letztens. Deswegen ist mein Set Level 22. So viele Kämpfe mach ich gar nicht. Vokano bist so ein... Weißt du, ich will ganz ehrlich das Vokano angreifen, ja? Ich treff's nicht und dann greifst du plötzlich, greifst einfach das Namus an, äh, Level 80 oder was. On one hit. Danke, Popel. Ich bin schon wieder vor Hallo. Ich bin aber die ganze Zeit im Poker Center. Oh, ich hab so viel Cola. Willst du, willst du nicht einfach ins Poker Center ziehen? Ich glaub, das wär viel besser. Ja, hab ich zum Weg, genau. Es gibt mir keinen Poker Center. Wunder von drin, außer nicht. Ähm. 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 Jetzt ist Professor Eich im Unter. Wurde der da nicht gearbeitet? Ja. Ähm. Ähm. Mein Chamener kann ich irgendwie nicht heilen. Du, Mann, da. Du, Mann, äh, Cham, Cham. Ja, wieso kannst du das nicht heilen? Da steht, Cham, Cham, keine Ahnung, ist on a level to battle, aber ich will das noch da rauflegen. Er drückt noch mal, drückt noch mal. Du musst es mit rechtsklicken. Weißt du, ja, sorry, tut mir leid. Tinker! Ist halt kein Problem. Doch, ist es. Großes Problem. Okay, ist es nicht. Okay, ist es doch. Pfff. Das ist schlecht. Tinker! Ich bin wieder angegriffen von 27. Ja, es ist... 27 ist ein Pokémon von 27. Ne, das heißt so, 27. Wer hat sich letztens angegriffen? Ja, 27 ist da vorbeigekommen. Tinker! So, der Zweite. Wollen wir mal den Feuersteller benutzen, um Arcani raus zu machen? Du dich! Ach, kann man ja gar nicht. Ja, wir haben keine Toastmaschine. Ja, ich kann den Feuerstein trotzdem geben, theoretisch. Soll? Ja, dann kriegst du nichts dafür. Ich hab das sicherlich. Oh, wie die Aprikos zu machen? Nein! Das war wirklich Aprikoko abfahren. So wie immer. Ich glaube, ich geh mal kurz aus meiner Höhle raus und fahre. Ah, ab wie afrokanisch bin. Langsam nicht level, ey. Oh nein, das ist so ein Level 18. Nein! Ach, das kennst du schon, oder was? Ach, das ist ja nicht da. Ey, sag mal, warum wächst hier nichts? Ja, wenn du da wird es schon wieder an... Ach, mein, du ist doch... Du weißt doch, meine Fackel wurde weggebackt. Der Pilo mit der Hure. Ach, geht doch. Bin da gar nicht da. Boah, Alter, das werde ich sowas von verlieren. Ja, das war so klar. Was wirst du verlieren? Ach, den Kampf. Ja, den Kampf. Scheiße. Kann ich bloß auf Platscher anwenden. Das hat nicht funktioniert. Du hast Platscher. Ach du, warte mal, warte mal. Du hast... Du hast... einen Carpador gefangen? Ja. Warum? Du hast was ihm gesagt. Ich will einen Garados. Oh Gott. Dann fängt man ein stärkeres Carpador oder einen Garados. Ja, ich mach... Was? Mein Schigi entwickelt sich. Oh, Alter. Was... Was machst du denn? Warum bist du... Schigi entwickelt sich? Naja... Du sagst... Du sagst, denn die soll nicht leveln? Ja, der wird alle leveln. Ich level gar nicht. Ich level gar nicht. Also ich schick's nicht hin, aber... Arpador. Arpador? Arpador. Arpador. Arpador, Junge. Wieso? Wieso entwickelt sich dein? Aua. Schon wieder ein Pokémon-Center. Ich auch. Und dir retten Pokémon auf level 16. Ich glaub, das will dich da drin behalten. Ja, ich merk schon. Oh, ein Fucano, aber ich hab kein Pokéball. Mach her, mach weg Fucano. Willi hat ein Chillock. Willi, wir haben beide Wasserpucke. Wir müssen uns zusammen tun. Nein, ich bing. Boot. Ich will das nicht... Wer hat denn hier irgendeine Scheiße hingebaut, Mann? Hier kommt man gar nicht mehr... Wer hat denn hier einen Zaun hingesetzt im Haus? Sorry. Kam nicht mehr raus. Ja. Oh, Mann, ey. Das ist wahrscheinlich meine Schuld. Es ist level 22! Ich bring dich jetzt um. Ah, nein, nicht der, Mann. Ich will nicht. Ich hab Pokédex und alles. Außer bis level 23. Ach. Was für ein Argument. Oh, hier ist noch ein Fucano. Und noch... Alter, wie viele Fucano laufen denn hier rum? Geil, Alter. Geil, Alter. Kann man denn hier einfach ausschießen? Ja, aber... Rausschießen. Wollt ihr mich erschießen? Wollt ihr da wer 23 Pokémon hast? Oh, level 23 hat sich auch gerade entwickelt. Oh, level 23 hat sich auch gerade entwickelt. Oh, nein. Ja, und? Lein ist auch von einer halben Stunde. Weiß nur noch nicht. Oh, Girafik. Fuck dich. Entschuldig. Mindestens, Danny. Oh Gott, kein Chillock. Äh... Keine Ahnung, Schiggy. Ja, rote Aprikoko. Schwarz Aprikoko. Eine rote Aprikoko habe ich auch schon. Ich habe hier eine Menge Aprikoko. Oh, davon ist die Spalte. Oh, level 44 einfach mal angreifen. Und Danny, ey, was machst du für ein Hack, ey? Das ist wirklich, ey. Bitte. Ich mach eine Attacke, die mir keinen Schaden hat. Nein. Ich bin tot. Gegen so einen Vulkano brauche ich gar nicht antreten, ey. Was hast du für ein Pokémon? Die haben Pflanzen-Pokémon und Wasser. Oh, ich habe einen Redstone bekommen. Hammergeil. Ja, Redstone habe ich schon zwei Stück. Oh, ey, mein Pokémon entwickelt sich. Was? Was ist los bei euch? Haben die alle die Scheiße geschossen? Ich habe drei Kämpfe gemacht. Was? Alter, ihr habt schon wieder meine ganzen Aprikos gefahren. Sind ihr behindert? Du, bei mir fehlt auch die ganze Zeit. Also, ich bin's nicht. Das verspreche ich dir. Oder die Wachsender waren ja. Das kann auch. Also, will ich jetzt aber auch nicht. Ja, meine sind gewachsen. Ich auch nicht. Weil ich habe eine und das reicht mir. Reicht mir. Der eine. Anscheinend nicht. Hä? Anscheinend nicht. Wieso? Guck in die Aufnahme, Junge. Guck. Ja? Siehste? Ich habe einen Beweis, Junge. Alle, die jetzt zuschauen. Alle zwei. Ja? Alle die Tosni. Oh nein, ich habe einen Goblin Levin 49 eingegriffen. Ein Goblin Levin 49, ja. Ein Goblin Levin 49, ja. Ein Goblin Levin 49, ja. Ein Goblin, ja. Ein Goblin, ja. Ein Goblin, ja. Ein Goblin. Was ist neu? Gibt's auch nicht. Gibt's auch nicht. Gibt's auch nicht. Hier, ich will mit meinem Papyro angreifen. Ein Papyrus. Ein Papyrus. Ein Papyrus. Ist das nicht eine Art... Oh, Tempo. Wie cool. Oh, schade. Kann man nicht. Ich one-hitted die alle. Das langweil. Ich habe schon vier Base Powder. Ja, ich habe drei. Boah, Alter Schiri, wo bist du? Nee, gegen einen. Ich habe einen Miro gefunden. Auf welchem Land entwickelt sich ein Miroplar? Miroplar? Ja. Keine Ahnung. Ich habe Miroplar nie gefangen, weil es ein miserables Pokémon ist. Ich weiß nicht an Miroplar. Ja, das heißt ja auch, dass es ein Miroplar ist. Miserabler. Kannst du mal nachgucken, Danny? Das wäre sehr nett. Dann müsste ich jetzt Pokémon, ja, habe ich an, mir einen Miroplar fangen und das trainieren. Ich werde nicht googeln, sowas mache ich nicht. Nee, nee, das wird zu einfach. Google. Das ist nicht dieses Komische verboten, ne? Kann man das essen? Shiggy, wo bin ich denn? Shiggy. So, ich probiere es jetzt. Shiggy. Oder ich versuche nochmal ein starkes Pokémon zu ertränken. Ich versuche jetzt 36 zu werden und dann trainiere ich erstmal nicht mehr. Pff, 36? Warum? 36? Ja, dann entwickelt sich das weiter. Ich will nämlich die Endstufe schnell haben, weißt du? Weil dann kann ich drauf reiten. Was? Wenn ihr reißt Pokémon, das ist ziemlich bewährst. Ja, ich sag doch, hör auf bitte vergewaltigen. Das hab ich zu Tossi vorhin schon gesagt. Geht nicht. War das gestern? Ich brauch mal lieber irgendwie ein bisschen Eisen oder sonst irgendwas. Was? Ja. Sollten wir meinen, sollten wir vielleicht mal in eine Schlucht gehen? Nee. Weil ich hab dann nämlich alles gesehen. Willst du drei Eisen haben oder vier? Ich hab dir mal eine Apokoko hingesetzt, Willi. Wird dann nicht. Danke. Mach dann fünf Euro. Uiuiui. Sorry. Wollen wir mal in eine Schlucht gehen? Kann ich mal machen. Mann! Das ist doch kacke, ey. Dann sollte ich jetzt mal ne Kiste machen. Magica. Ich hab grad voll starke Pokémon gekämpft. Nicht. Ist auch voll schlecht. Level sechs. Ach nee. Ich find hier immer bloß so ne tollen krassen Pokémon, ey. Soll ich mein Freundesball mit dem oder hier lassen? Lass den. Ich würde den nicht mitnehmen. Freundesball macht den zwar. Wenn du Freundesball, wenn man fängst damit, dann mag ich das richtig doch, ne? Kann man das essen? Aber hier. Drogenball. Das glaub ich nicht viel. Drogenball. Das ist eine sehr gute Bezeichnung dafür. Ach der B. Nein! Unterwasser? Nein! Ich bin entkommen. Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Meine Kassi, kommst du jetzt mit auf Schluchttour? Warte kurz. Ich muss noch meine Pokémon heilen und ich muss mich noch kurz ausstatten. Bestimmt, heilen ist das Passwort. Essen brauch ich echt unbedingt noch. Kapardor und ich glaube, da wird es 21 nur so. Ähm, Bammler wollen wir noch mal kurz warten, weil... Ähm. Wir müssen echt paar Kapardors fahren, ey. Ja, wir müssen Kapardors... Also, wir brauchen unbedingt Essen. Ich hab noch 23 Brot. Ja, gut. Aber das ist jetzt auch nicht so wirklich viel, weil hier ist ja alles viel seltener. Essen ist fertig. What? Ja, Essen ist fertig. Achso. Ein Nidoran Devil 3 hat mich angegriffen. Oh nein, ich werde bestimmt verlieren. Aua, ich hab grad Schaden bekommen von dem Nidoran. Nidoran Devil 3? Echt jetzt? Ja. What the fuck? Puppe steht ein bisschen afkar, rum? Auch schön. Nee, ähm... Ich hab gerade gekämpft. Achso. Oh, Leute. Jetzt können wir... Jetzt können wir nicht mehr... Jetzt können wir nicht mehr sagen, dass Popel AFK ist. Jetzt kann er sagen, hör, ich hab gekämpft. Ja, siehste mal. Oh nein, jetzt hat mich irgend so ein Idioten Pokémon Level 12 angegriffen. Leute, wie es total cool aussieht, auch wenn die One-Hit mich immer fast. Kriege ich eigentlich, wenn ich... Äh... Vielleicht deck auf Policase, dann kannst du alle Pokémon, die du besiegt hast oder hast, oder sonst was, kannst du den angucken. Kann ich eigentlich... Das funktioniert aber hier nicht. Kriege ich eigentlich unter Wasser Schaden, wenn ich ein Pokémon angreife unter Wasser? Nee, alle die du gefangen hast, Puppe. Was ist die? Äh, wie die? du sollst ich jetzt auch damit haben wir ja ja wie soll ich den körper do angreifen hier einfach ein langes wäre nicht schlecht noch 13 heute mit ja ich fühle mich ja macht denn hier gerade seine seine punkte weil ich hier ist doch gar keine lehne das ist ein bug manchmal bleiben sie da drinnen und schon sagen ich habe zwei blaze powder gekriegt dafür dass ich das pokémon besiegt habe passen diese blaze powder was sage ich damit irgendwie verbringen wir mehr zeit in professor eichels haus als irgendwo anders ja und rammler ja und ich und du und rammler ja ich habe drei ingsekt bekommen ja auch wenn ich habe mich zum weg hat gefunden oder ich habe eins gesehen aber es ist weg oder ist ein enteron gespawnt ich glaube bist du bist du bist du bist du bist du greife nicht angreifen nicht weil ich dich fertig jungen der will 30 ich greife ich mich an da ist ein pokémon ist so level 11 und immer noch level mein dieses dumme kapra dor kapra dor level einfach nicht nur zum kotzen das funktioniert ist ja nicht so wie in dem normalen pokémon oder kriegt das erfahrungspunkte was ja es kriegt der frankspunkte klar aus der langsameinster ja es ist so ekelhaft ich habe schon so ein kleines wenn es schon mal ich finde einfach nein schon wieder so ein singt weil er wird 14 8 uhr scheiße das werde ich nicht schaffen ich nicht für so schlecht weil mein level über ist eigentlich schon so also mein visa sam ist was tot also krieg ich denn von der her dass ich schlafen kann ich bin gestorben ja mein alter wir haben da kämpft gerade die riesigste riesigste gold king viel ja ok machte ich bin tot ja ich war hier früh zu bauern aufgeladen das klaus und das ist wahrscheinlich irgendwas was erstmal erstes mit 48 level weil mich eine fahrer schnell ja ich hoffe kriegen ja wie sonst so wie auch heute so spät aufnehmen ist so ein wunderbarer pokémon trainer wir sollten einfach ins pokémon sind da einzig glaube ich bei mir ist das immer noch ein pokémon center nein der arbeitet da das ist eine so liebe leute also ihr habt ihr habt erst mal ein ding ins ne habt ein haus hier läuft die schütten wilde schiller krummwitzig ja eben gesagt ich treffe diese scheiß pokémon nicht man jetzt mehr ich greife lieber nicht an es ist er tauslich boden eigentlich ja auch nicht mit wasser besiegen weil es noch nie so richtig gut funktioniert hat ich glaube ich steuer gegen das aber und taus wurde ich besiegt leider kapitel scheißvieh bestehen oder so ein knapper kampf gegen level sechster pokémon probleme das kann ich war es nicht fertig ja du scheiß ich werde mal stehen das sind die muss ich was hast du für viel jetzt ja nicht ich habe ein visa sahen oder stein stein eigentlich besser da müsste ich meine hülle war in der hülle gestein doch doch ich muss eigentlich auf bergen und so müssen wir müssen wir müssen wir echt nur machen wir wir müssen demnächst dann in der nächsten aufnahme denn mal eine runde machen ja also in der nächsten aufnahmen müssen auf jeden fall meine kleine ich glaube die übertreibt extrem in der aufnahme gerade ja ich glaube langsam auch war also eigentlich scheiße ich glaube ja ich glaube wir sind schon über eine stunde ich würde sagen wir beenden wird angegriffen schlucht ich bin nicht entkommen weil viele leute das haben wir gleich erzählt die leute die auf revo gucken er wird zu näher wir machen wechsel nicht wechsel aufnahmen also erst im tos nicht auf danach ist glaube ich kurve dran oder ich weiß nicht genau ja irgendwer von den spacken und dann der andere spacken und dann der dritte spacken ich bin der letzte haben wir jetzt die session fertig wir haben ja eigentlich die session fertig ja bin ich also ich würde sagen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet spaß und wir sehen uns dann in der nächsten auch noch mal wieder bei jemanden was wir was wir noch zaubern hier wird noch zauberhaft ja es wird wirklich zauberhaft wir sagen da ein renn ich will wir haben das auch für heute gehört auf ja ja wir haben heute auf also um 10 zu schauen ja eben als es erst um 10 oder rein